Ihr braucht günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live? Dann checkt auf jeden Fall IG-Fold ab und benutzt den 8%-Discount-Code REALFIFA für mehr Rabatt. Was gern, meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Video und heute ist ein Tag nach dem unglaublichsten Pack-Opening in meinem Leben. Ja, jeder wird das wahrscheinlich gesehen haben, Jungs, das ist einfach unglaublich. Vor allem dieser krasse Support, 250.000 Aufrufe hat das nach einem Tag und über 17.000 Likes. Also wirklich jeder, der es mir gegönnt hat und auch in die Kommentare geschrieben hat, Digga, Respekt verdient und ich gönne es dir. Einfach nur danke, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich war so sprachlos. Natürlich auch bei dem Pack und jetzt auch noch bei diesem Video, bei dieser Resonanz. Und ja, heute zeige ich euch mein 13 Millionen Foot Champions Team und das hat es wirklich richtig in sich. Also lasst auf jeden Fall gerne ein Like da für Team of the Year Messi und ja, für die Leute, die denken, das sei Fake. Denn, ja, FIFA, der ist natürlich am Faken, obwohl ich noch nie irgendwas gefakt habe. Jungs, gönnt euch hier einfach mal den geilen Lionel Messi. Zack, wir drücken da auf, da ist er, Team of the Year. Wir haben ihn nicht einmal umgeformt hier. Nochmal, um zu beweisen, dass er hier am Start ist. Zack, ja, und natürlich auch der First Owner. Wir drücken drauf, gönnt euch, Jungs, an alle, die es mir nicht glauben. Es ist einfach wahr. Was soll ich noch sagen? Messi, hier auf meinem Hauptaccount. Wir gehen nochmal zurück und da seht ihr es auch. Schwarz auf Weiß, Blau auf Gold. Es sieht einfach heftig aus und es ist der Lionel Messi. Also, ja, danke an alle, die es mir gönnen. Und ja, für euch mache ich das. Und deswegen machen wir heute mein 13 Millionen Foot Champions Team. Wir werden ihn jetzt auch gemeinsam umformen zum rechten Stürmer. Denn den brauchen wir auf jeden Fall als rechten Stürmer. Und ich glaube, der Kemisui-Style Hawk ist am besten für ihn. Dann kriegt er noch mehr Tempo, 99 Schuss und noch ein bisschen Physis. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welchen Kemisui-Style ihr Messi-Team of the Year geben würdet. Ey, diese Karte sieht so sick aus. Und ja, wo ist der Hawk Kemisui-Style? Davon haben wir 18 Stück. Deswegen geben wir dem, ja, auf jeden Fall Hawk. Und damit ist er auf jeden Fall zufrieden. Und jetzt geht es los mit dem Team of the Year Messi Foot Champions Team. Wer sind seine Kollegen? Das sehen wir jetzt. Wir starten natürlich von hinten und gehen dann nach vorne. Welche Kampanen werden sich Lionel Messi anschließen? Das ist eine gute Frage. Und ich habe heute zwei Teams am Start. Ein Team natürlich das, mit dem ich jetzt wahrscheinlich erstmal spielen werde. Und auch noch ein zweites Team gebaut. Was wir theoretisch auch aus diesem Team, von diesen Coins her, bauen können. Deswegen schreibt auf jeden Fall rein, ob ihr dieses Team nehmen würdet. Team 1 ist das, was ich euch jetzt zeige. Und dann gleich im Anschluss zeige ich euch noch Team 2. Welches würdet ihr nehmen? Haut das auf jeden Fall in die Kommentare. Und jetzt fangen wir an mit dem Torwart. Und das ist natürlich David de Rea. Der wahrscheinlich auch ein Team of the Year bekommt. Allgemein, die Mittelfeldspieler sind ja auch draußen. Ich habe euch versprochen, jeden Tag ein Pack-Opening. Morgen gibt es direkt wieder ein Pack-Opening zu den Mittelfeldspielern. Kante, De Bruyne und Luka Modic sind das auf jeden Fall. Ja, das wird sick. Und meine Auswechselbank, um das nochmal ganz schnell zu sagen. Mané, Salah Play of the Month ist der ägyptische Bessie, würde ich sagen. Er ist so krass. Vor allem perfekt für die Reservebank. Und der kann immer reinkommen und dann zerstören. Lozano natürlich auch am Start. Vieira haben wir noch zwei Spiele als Live-Version. Und ja, wir führen einfach jetzt mal das Team fort. Fangen an mit den beiden Innenverteidigern. Da haben wir die Prime-Version von Rio Ferdinand. Habe ich gemacht, die SBC im Livestream. Ihr wisst ja Bescheid, viele von euch. Rio Ferdinand hier, untauschbar. 135 Spiele für mich. Der beste Verteidiger im Game. Da kommt keiner vorbei. Klar, Maldini ist, denke ich, auch nochmal stark. Den habe ich aber noch nie gespielt. Und ich muss sagen, Ferdinand, Alter. Ja, Jungs, der macht das schon. Daneben haben wir jetzt von Manchester United, genau, Bailly. Also ein etwas billigerer Spieler im 13-Millionen-Team. Muss aber sagen, der Typ spielt genauso wie eine Ikone in der Innenverteidigung. Weil der einfach heftig ist. 160 Spiele und so weiter haben wir den jetzt hier aufgestellt. Klar, sollten wir jetzt hier nochmal Packlack irgendwann haben oder so. Oder mehr Coins haben. Dann wird hier wahrscheinlich dann auch eine Ikone spielen. So, die Verteidigung schließen wir jetzt ab. Da labere ich gar nicht mehr viel. Und in heißen Brei für mich auch hier der beste Linksverteidiger im Spiel. Ich habe Jordi Alba auch in der Futmiss-Version. Muss aber sagen, Alexandro ist einfach nochmal mehr Maschine. Der hält da doch noch ein bisschen mehr irgendwie die Stabilität in der Viererkette. Und deswegen spielt er hier. Und dann schließen wir die Viererkette ab mit einem Spieler von Manchester United. Da müssen wir uns auch vielleicht mal den Info gönnen. Oder bekommt er auch ein Team of the Year? Schreibt das mal rein. Denkt ihr, Valencia bekommt ein Team of the Year? Ja oder nein? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall Valencia hier im Shadow-Kemistry-Style. Das ist meine Viererkette. Vielleicht noch nicht so ganz teuer. Aber ich sage euch, was jetzt kommt. Das ist unglaublich. Und seht einfach selbst. Seht einfach selbst. Wir fangen an mit dem Mittelfeld hier. Ich glaube, für viele ist es schon bekannt. Er hat auch in einem guten Pack gewesen. In meinen monthly Rewards. Der Ball. Pogba. Red in Form. Muss rein. Ganz ehrlich, wenn man so eine rote von Champions-Karte hat. Wer kann es mir verübeln? Da muss man einfach Pogba spielen. 286 Spiele. 66 Tore. 4. Äh 64. 4. 86. Alter, ich glaube, ich kann die Zahl nicht mehr lesen hier. Was ist denn das? 86 Tor-Verlagen natürlich. Äh, muss sagen. Wirklich ein richtig heftiger Spieler im Shadow-Kemistry-Style. Kannst du den auch auf der 6 spielen. Auch wenn er nur 69. Die Fanning hat dafür halt richtige gute Füße-Stats. Und kann halt auch immer ein Tor schießen. Und ja, es ist einfach einer der besten Mittelfeld-Spieler. Und wenn nicht sogar mit der Beste. Und ja, wir machen jetzt weiter mit Nangolan, der Belgier Footmiss-Version. Und hier muss ich auch nochmal sagen, ich bin wirklich froh, dass ich diese Footmiss-SBC gemacht habe. Der hat uns 200.000, 300.000 Coins gekostet. Der Info kostet jetzt 400.000. Ja, also 100.000 gespart. Und ja, es ist einfach die beste Mittelfeld-Karte. Habe ich euch ja schon tausendmal gesagt. In FIFA ohne Icons. Klar, die Icons wie Hulli, Vieira und so sind dann wahrscheinlich besser. Aber ich muss sagen, so als normaler Spieler ist Raja Nangolan in der Footmiss-Karte einfach der Heftigste. Mit Pogba, die machen das. Die machen das. Wir spielen übrigens in der 4-2-3-1-Formation. Jetzt, weil wir Messi haben, den werden wir als Zehner spielen. Safe werden wir den als Zehner spielen. Weil ja, die Spielübersicht, diese Pässe, die muss einfach Messi auf der Zehn machen. Und jetzt geht es weiter hier mit dem zentralen Mittelfeld. Irgendwie müssen wir Messi ja auf volle Chemie bringen. Und deswegen habe ich mir heute hier eine neue Icon gegönnt. Und zwar die 91er Icon von Diego Maradona, der Drogenboss mit seinem Afro. Alter, guckt euch mal das an. Guckt euch einfach mal das an. Vor allem dieses Dets von dem anderen Spieler. Er hat 492 Spiele gespielt, 585 Tore, 279 Torverlagen. Ich bin gespannt, wie der spielt. 5-Star Skills und natürlich 93 Tempo, 94 Dribbing. Alter, das ist einfach nur heftig, dass ich mir das jetzt hier leisten kann. Das ist so krass. Und das habe ich euch natürlich auch zu verdanken. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht mehr so viel Schleim. Das wollt ihr natürlich auch nicht hören. Ihr wollt jetzt weiter sehen, wie das Team aussieht. Deswegen, ja, Diego Maradona im zentralen Mittelfeld. Gibt natürlich Messi dem grünen Link. Und auf dem linken Sturm oder im linken Sturm haben wir die weitere Icon. Thierry Henry, 90 Rated. Der auch für mich eigentlich genauso stark ist. Okay, natürlich ein bisschen schwächer als die Prime-Version. Aber ganz ehrlich zu Jungs, ich bin ehrlich zu euch. Auf dem PC habe ich noch die Prime-Version von Ori. Und ich muss sagen, ich merke da wirklich keinen Unterschied. So gut wie keinen Unterschied. Guckt euch diese Stats bei mir an. 135 Spiele, 121 Tore, 119 Torverlagen. Das ist eine Maschine. Und jetzt brauchen wir natürlich nur noch einen Spieler, der hier dieses heftige 13-Millionen-Food-Champions-Team abschließt. Es ist natürlich Cristiano Ronaldo als Striker in der Team-of-the-Group-Stage-Version. 44 Spiele, 51 Tore, 36 Vorlagen. Ronaldo ist Ronaldo mit Lionel Messi. Alter, ey, dieses Team. Ich bin gespannt, wie ich in dieser Weekend-League abschneide. Und ihr wisst es ja, 36 Siege habe ich zweimal geholt jetzt hintereinander. Jetzt auch wieder 35 Siege. Also das geht auf jeden Fall easy care. Mal gucken, wie viel wir mit diesem Team hier schaffen werden. Und jetzt zeige ich euch auf jeden Fall nochmal Team 2. Schreibt jetzt auf jeden Fall rein. Hashtag 1 oder Hashtag Team 1 oder Hashtag Team 2. Das Team 2 zeige ich euch jetzt. Und entscheidet einfach, welches Team ihr spielen würdet. So Jungs, Team 1 habt ihr gesehen. Das ist mein aktuelles Team. Und Team 2 könnten wir theoretisch auch machen, wenn wir die restlichen Spieler verkaufen. Wir würden dann hier den normalen Ronaldo haben. Dann Striker Bale im Mittelfeld. Petit als Icon-Version und Pelé. Also keine Ahnung, welches Team findet ihr besser? Schreibt es rein. Hashtag Team 1 oder Hashtag Team 2. Ich finde beide geil, ehrlich gesagt. Und ja, Messi ist natürlich bei beiden Teams, denke ich, zufrieden. Oder mit beiden Teams zufrieden. Aber jetzt seid ihr gefragt und später könnten wir dann theoretisch auch Vieira hier reinstellen, wenn wir mehr Coins zur Verfügung haben. Das würde natürlich schon sehr, sehr sick aussehen. Aber gut, schreibt es auf jeden Fall mal rein. Es ist dann halt nur der normale Ronaldo. Aber wenn wir vielleicht nochmal Team of Diar Ronaldo oder sowas irgendwann ziehen oder haben, dann passt der natürlich hier auch perfekt rein. Haut das auf jeden Fall mal raus. Wir werden jetzt aber noch ein Spiel spielen mit Messi, denn er muss heute auf Jungfernfahrt gehen. Jungs, ihr wisst Bescheid. Und deswegen gehen wir jetzt ins Spiel und mal gucken, wie Lionel Messi spielt. Wir hätten den Gegner gefunden und mal schauen, was er für ein Team hat. Okay, er hat die Prime-Version von Haji. Das ist natürlich schon mal sehr sick. Gabriel Jesus Mané. Allgemein natürlich ein OP Premier League Team. Mal gucken, ob er gegen unser Beast Team 13 Millionen für Champions Squad ankommt. Wir werden es sehen. Come on, Messi mit Diego Maradona. Das ist Lionel Messi. Oh, Lionel Messi. 1 zu 0, Jungs. Was für ein schöner Schuss. Komm, nochmal. Jetzt. Wir müssen irgendwie noch ein Tor schießen. Oha, wie kam der Ball an? Und das war abseits, glaube ich. Okay, er drückt Pause. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Oh, stark gemacht. Jetzt Diego Maradona mit Messi. Nochmal auf Ronaldo. Sieben Maradona. Cristiano Ronaldo. Oh, da hätte er reingehen können. Komm, jetzt Ronaldo geht die Linie lang. Jawohl, Alter. Komm schon. Cristiano Ronaldo. Schön abstoppen. Und da ist Messi. Messi. Und, oh, Alexandro. Zack. Jetzt, Jungs. Jetzt, Jungs. Messi. Lionel Messi. Team of the Year. Und wie hält er den? Butler, Digga. Krass gehalten. Stark. Komm, Ronaldo jetzt. Junge, zieh, Digga. Du bist CR7. Das kriegst du doch easy hin. Und da ist Messi. Und ja, mit dem Kopf, Alter. Was ist das denn? Okay. Das war natürlich die Team of the Year. Wer soll mit dem Kopf? Kann man mal machen. Komm, jetzt Ronaldo geht. Mit Messi. Messi auf Mohamed Salah. Oh, Mohamed Salah kriegt den auch noch. Läuft gut. Und jetzt kommt Salah. Mach es. Mohamed Salah. Der macht das 3 zu 0. Stabiler Finesse, Alter. Mit Maradona. Oder pfeift der Schiedsrichter jetzt ab? Ja, er pfeift ab. Wir gewinnen 3 zu 0. Und ich muss sagen, Messi, Alter. Der hat da jetzt gleich schon am Anfang gezeigt, was er drauf hat. Mit dem werden wir richtig viel Spaß haben, Jungs. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. 3 zu 0 gewinnen wir am Ende. Ja, war auch verdient, wenn ihr hier die Schüsse seht. Aber trotzdem hat sich der Gegner gut geschlagen. Lass dein Like da für Messi, Team of the Year. Und schreibt rein, welches Team ihr mir empfehlen würdet. Und welches Team ihr natürlich eher nehmen würdet. Team 1 oder Team 2. Und dann kann ich nichts mehr sagen. Jungs, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tag Opening. Und haut rein. Ciao.